Ganz viel Zeit, Mistchen. Die ganze Zeit am Buddeln. Ja, weißt du, wenn das alles so Buddelt und du machst das alles eben, dann brauchst du bestimmt nur so 10 Stunden. Insgesamt. Mal gucken. Vielleicht mach ich das auch zwischen euch auf-screen. Könntest du die Aufnahme einfach nur schnell laufen lassen. Kann ich auch. Ja. Kann ich auch mal. Wow. Das kann der Flash aus der Zukunft machen. Das nervt. Okay, Dachboden ist auch erst mal soweit fertig. Dach mach ich mit Clay, das mach ich aber. Muss ich hier rumtüfteln. Ja. Carpenters werde ich selber setzen. Boah, ich ewig kann mich da wieder ausgesetzt hab. Ja. Mach ich die Sonne hin. Das ist doch immer so. Ach stimmt, jetzt muss ich noch... Pinewoods! Pinewoods! Komm her! Stimmt. Warte mal, konnte doch Torches auch chisseln, oder? Ja. Ähm... Das kannst du. Probier mal. Das können wir halt auch machen, dass wir vielleicht ein Mod mit reinnehmen, das mehr Licht da und so drin hat. Ach warum? Passt schon. Weiß nicht. Weiß nicht. Was für manche Dinge viel besser aussieht vielleicht. Ach, ich finde das passt schon hier. Ja. Ja. Für außen sind die auf jeden Fall gut geeignet. Finished, ja. Muss jetzt mal gucken. Glowstone, mal gucken wir wieder so. Es gibt... Kann man Glowstone schisseln, dass das noch leuchtet? Ja. Glowstone kannst du immer schisseln, dass das noch leuchtet. Was? Erinnere dich mal an ME4. Ja, war es geschnitten. Da war es auch geschisselt. Ja, stimmt. Aber ich würde es dann ja gucken, ob es dann, wenn man das auf diesen Carpenter Block macht... Der wird ja dann flach, wenn man schon einen Block drauf hat. Mhm. Oh, ich habe einen verzauerten Bogen von dem Skelett gehabt bekommen. Der hat Power 1 drauf gehabt. Lolle. Cheater. Was? Glowstone. Glowstone. Ich mache erst mal ein Glowstone. Das Ding ist mir, wenn ich auf die Eier gegangen gehe. Ja, der ganze Baum ist aber voll... BAM! Ja, ja. Das habe ich auch endauernd gehabt eben. Neo. Gucken wir mal. Ich habe mich das Mist viel mal weggeschossen. Ach ja, ich komme ja nicht mehr hier hoch. Ich muss jetzt unten lang. Hier hinterher noch weiter, stimmt ja. Das kleine Stück. Gott. Oh, man kann hier raus was anderes machen dann. Ach du Scheiße, das... Hier ist eine Höhle hinterher noch. Nice. Ach du Scheiße. Hallo. Fentypa. Oh, das leuchtet noch. Wie geil. Nein, doch das leuchtet dann noch. Ja, wenn das auch... Ja, wenn es gechiselt ist schon. Aber... Ich habe ja gerade geguckt, ob wenn man das dann halt... An fertigen Carpenters-Blöcke macht... Dann wird der ein Block immer so... Sag mal... Wie so ein Fußboden, ne? Ja, aber das ist auch geil, dass es dann noch leuchtet. Ja, geht. Schon nice. Ich glaube, das wurde halt extra so gemacht, dass das dann trotzdem noch leuchtet. Dass du viel damit machen kannst. Das heißt, ich muss viel Glowstone sammeln. Ich wusste, dass da hinter ein Raum war. Das hatte ich jetzt vergessen und jetzt wusste ich das doch wieder. Also, weil ich den gesehen habe und... Ja, hier ist riesen Höhenkrank hinterher noch. Oh Gott. Alles voller Kohle und so, ne? Toll. Kohle, Eisen. Muss alles rausholen. Das wird auch amüsant. Da unten ist Lava. Das wird auch noch amüsant, hier alles auszuleuchten und so. Das machst du schon. Oh mein Gott, wie viel... Ach du Scheiße. Nee. Senders willst du für mich was Farben gehen? Nein. Sends nicht Glowstone. Mach mal selber. Nicht. Schade. Mach das mal schön selber. Komm schon. Tu doch einem guten Freund was Gutes. Komm, Schaden. Ich bin's. Hallo Flash. Guten Freund, aha. Nicht? Hallo? Ist auch ganz schön viel Sand unter. Was soll das denn jetzt heißen, hä? Also nicht. Du bist einer. Kennen wir uns? Wer bist du? Was machst du eigentlich hier? Warte, ich verlaufe mich gleich nur. Können wir nicht hier weiter da rumrennen. Von welcher Galaxi sind sie eigentlich? Sind sie? Was machen sie hier? Ja. Wollen sie überhaupt von mir? Weiß ich noch nicht. Oh, da hat er. Ja, wir haben jetzt meine zwei Stunden aufgenommen. Das heißt, wir haben... Oh, wir haben gleich sieben. Mein Essen kommt gleich. Hihihi. Okay. Was denn? Du hast doch gesagt, ich hab Hunger. Ich hab nur gesagt, okay. Marry. Ich hab nur Hunger. So lass mich. Schon ne Pause und dann weitermachen? Schon ne Pause und weitermachen? Du willst auch noch was essen, ne? Na klar. Bin dabei. Okay, das ist auch noch... Centus will es ja wieder übertreiben. Ich bin schon in Densho Night. Ja, du hast noch Urlaub. Urlaub. Hab ich ja auch. Urlaub, Urlaub. Du weißt was, den kann man immer schön übertreiben. Ja, dann geh ich nämlich gleich in die Helle. Mach mal. Ach ja, du kannst ja dann die... Knochen mitbringen. Achso, könnte ich auch machen, klar. Dann köfte ich mir. Boah, das... Dann haben wir wenigstens genug... Boah, da kriegst du ja richtig viel Knochenmehl eigentlich. Ja, dann tu ich mir jetzt ein bisschen vorbereiten. Dann haben wir guten Vorrat an Knochenmehl. Das kannst du nie genug haben. Ja, das stimmt. Finde ich. Knochenmehl kannst du nie genug haben. Ich hab... Problem, ich hab zu viel Müll im Rucksack. Wo ich sagen könnte, okay... Bringste viel mit, aber... Das ist ja grad kacke. Egal, ab mal draußen... Muss du halt mal... Vielleicht mal aussehen, ne? Den Müllrucksack, den lerre ich jetzt aus. Den Schweinehund. Mit Generate die Rucksack-Säcke aussehen, wenn du die Sachen nicht brauchst. Das weiste kannst du fast schon in den Komposter reinklatschen. Ne, die Torches brauche ich. Ich weiß gar nicht. Wir haben hier so... Ich hab so viel Essen in den Bags, ne? Ja. Momentan brauchen wir das ja noch gar nicht wirklich. Weil wir auch keinen Lagerplatz dafür haben. Und du kannst ja den Bags rumtragen oder Kissen extra dafür machen, ist scheiße. Wir haben doch noch die Komposter, die irgendwo rumstehen, ein paar, ne? Ja. Vor allem, du siehst doch, wie schnell das wieder weg sind, würde ich sagen. Ja, du kannst ein Teil wegschmeißen. Habe ich das erstmal weg. Weil das... Guck mal an, wie... Das ist schon wieder alles voll, die Felder. Ja komm, dann helfe ich dir eben mit. Ne, ich hab doch... Ne, die Bags habe ich. Ja, okay, dann mach die weg, ja. Die Bags sind voll. Na gut. Hier ist noch Brot drin. Das Brot kann ich auch mal backen. Was denn? Ja, dann kannst du den mal mitleeren und dann kannst du den auch mitnehmen. Ich... Das Ding ist nämlich voll. Dann muss sagen wir die Komposter da hinten. Ja, aber wir haben halt noch mehr Komposter. Oh, die brauchen noch. Ja, deswegen da hier. Sind voll. Wie geht die denn? Oder sind die drin? Ist auf jeden Fall sauf hier voll. Weiß ich nicht, ich hatte die mal... Oh? Weil hier haben wir auch so viele Kisten voll, das geht auch gar nicht mehr. Ich guck mal in die Wohnung. Ist gar nicht, wo ich die... Hier sind sechs Stück. Mhm. Ein Hopper haben wir hier noch. Ja, scheiß auf Hopper. Bis der 64 Stick voller dauert das noch. Ich stelle dir jetzt... Soll ich hier einstellen? Ja, bis dahin. Vor allem wenn wir schon eine Pause machen. Ist ja wieder voll mit allem. Das war halt eigentlich eher... Dann halt so geplant. Aber jetzt... Ja, wenn wir genug Hopper haben. Wir haben Eisen, gut. Das weiß ich nicht. Das gewählt trotzdem noch. Ähm, ja. Ja, weil dann brauchst du schon... Dann kannst du für oben drüber auch noch zwei... noch ein Hopper draufpacken. Damit du gleich eine Chest-Hitballern kannst. Können wir das ja noch vorbereiten erst noch? Ja, wir brauchen... Hopper brauchen wir auf jeden Fall später sowieso. Ja, ja. Ähm... Okay, ich hab hier Eisen. Hab ich noch irgendwas? Hier... Eisen hab ich auch noch bei mir. Ähm... Ich brauch irgendwie gammliges Holz, ne? So. Fünf Kisten. Ich brauch ein bisschen mehr. Hab ich immer noch gammliges Holz? Hat das hier. Ja, wie viel... Hast du grad? Was? Eisen? Äh... Wir haben doch sechs von denen. Zwölf Hopper hab ich grad. Ja, dann brauchst du ja nicht mehr. Oben und unten ein. Die müssen wir anders anordnen. Weißt du warum? Wenn wir noch oben zwei Kisten drauf machen, kannst du nur zwei nebeneinander machen. Mach mal. Hier noch ein Trichter hin. Hier. Hier zwei. Und da ein. Dann kann ich Kisten oben drauf ballern. Meinst du? Ja, genau. Warte, jetzt mach ich so. Äh... Kompost hast du? Ja, die hab ich. Bin doch dabei. Jetzt müssen wir mal einen hin. Warte, warte, lass mich um hoch, ja. Zack und... Zack. So. Ich glaub das ist ein bisschen besser, ne? Ja, würd ich auch sagen. Und dann heißt das Packs leeren jetzt. Ja. Erstmal die restigen Dinger hier wegtun. Zack, zack, zack. Ja. Davon sind zwei Eisen übrig geblieben. Aber scheiß da. Die Höhle da war auch eben genug Eisen unten drin. So. Ja, der war das. Oh. Ja, aber hier in deinem Backsehen, dass du ganz viele Fackeln da drin kriegst du gleich wieder. Ja, ja. Fackeln. Kann er auch je wieder. Ich brauch vielleicht nur ein Stack. Kann ich mir... Ein Stack nehme ich mir auf jeden Fall raus, weil ich fülle meine Fackeln hier auf. Konnte man Kürbis da auch so reinschmeißen? Ja. Okay. Alles was du komposten kannst. Oh. Mein Essen hab ich kompostet. Hehehehehe. Mal überlegen, wie schnell die Felder wieder wachsen. Das ist Zeit, dass... Ja, jetzt geht das ja auch. So. Besonders wenn du dann auf dem Server bist. Überleg mal, wie das dann ist, wenn wir einen Schunkloader stehen haben. Ähm. Ich mach mal kurz mal genäht aus, weil ich hier noch Fackeln... Ich sag die. Hä? Fackeln... Also ich schmeiß die in der Kiste hier rein. Soll ich kurz schlafen gehen. Ja, dann geh doch schlafen, weil dann geh ich jetzt nämlich... ...mit dem Rucksack... ...in der Hölle. Das bräuch ich nicht. Und auch eine Schaufel vielleicht für Soul Sand. Und meinst du nicht um sieben kommt, dein Essen? Ja. Klingelt gleich. Muss abfahren bis es klingelt. Der Bag ist dann auch gleich leer. Dann hab ich noch einen weiteren Bag, nämlich... ...ah unten. Soll ich nicht so oft nach oben rennen. Hast du denn noch genug Rucksäcke? Ich hab drei Stück. Ja, ich hab auch drei. Jetzt. So. Das Ding ist leer. Den hat wahrscheinlich ganzen Kram drin. Ja, hab ich. Eisenrüstung. Futtert mich auf jeden Fall mit. Pfeile. Pfeile für Bogen. Pfeile. 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 Erstmal hinsetzen. Und ja dann später. Oh ja, noch paar Pfeile. Jetzt brauche ich noch Strings. Strings? Stringsheimers. Ich will... Pfeile mitnehmen. Strings brauchst du? Ja, deswegen hab ich aber... Ja, aber kannst du halt das auch nehmen dafür. Ja, genau. Schmeiß mich damit zu, ich hab doch genug davon. Ja. So nicht. So, brauche ich noch mehr Sticks. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Aber hide me hier. Jetzt noch noch Pfeile haben wir. Oh, es hat gebeamelt. Ja. Es hat gebeamelt. Hey, wir kommen an die Chests nicht mal ran. Und welche? Die da in der Mitte ist. Doch, da kommst du ran. Ja, so halt. Ups. Ne, muss noch einen tiefer. Autsch. So. Pfeile sind schon drin. Gott. Es hat geklingelt. Ja, geklingelt. Gut, Leute. Dann werden wir hier erstmal ne Aufnahmepause machen. Ja. Wir werden was essen. Würde ich sagen. Und sagen wir mal, dass wir danach weiter suchten, ne? Auf jeden Fall. Sucht, 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 sucht suchen. Okay. Bis später, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.